Hessens gruseligste Stories und Kriminalfälle. Das ist die Mordeiche vom Dammelsberg. Ein grausig schöner Ort in Marburg und Zeuge eines Kriminalfalles. Hier starb 1861 die Magdorothea. An ihrem letzten Tag, da eilte Dorothea auf den Dammelsberg zum Treffpunkt, zur Eiche. Wie immer zog sie den Fuß nach sich. Deshalb rief man sie im Dorf das Hinkel. Auch heute wieder Hinkel, Hinkel. Aber heute hörte Dorothea die Rufe nicht. Denn sie träumte von Ludwig. Er solle sie heiraten und ehrbar machen. Sie und das Baby in ihrem Bauch. Aber Ludwig dachte gar nicht daran. Er lauerte ihr heimlich auf. Denn der Schumachergeselle war längst verlobt mit einer anderen, einer guten Partie. Ach, Ludwig, warum nahmst du die Schumacherklinge, die das Leder schneidet wie Butter mit zum Stell-dich-ein? Zwei Tage später fand man das Hinkel tot an der Eiche auf dem Dammelsberg. Es kam zum Prozess. Auch Ludwig musste sterben durch das Schwert als Mädchenmörder. Und das war die letzte öffentliche Hinrichtung in Marburg überhaupt. Und kommst du auf den Dammelsberg und findest die Mordeiche, dann leg eine Blume für das Hinkel nieder.